Heute trauen wir uns mal an die Tunnelarbeit ran. Und zwar gibt es ein Thema, das haben wir auch schon auf Instagram als Reel mal angesprochen oder bearbeitet und hochgeladen. Und heute wollen wir mal eine ganze Podcast-Folge drüber machen. Und zwar über den Fehmarn-Belt-Tunnel. Ju, warum sprechen wir darüber? Weil dieser Tunnel Dänemark mit Deutschland verbinden wird. Also zwischen Puttgarden und Röbihaun. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, ansonsten müssen wir sich die Dänen korrigieren. Und natürlich, weil es natürlich auch ein sehr interessantes Bauprojekt ist, weil es ist eines der größten Bauprojekte Europas und es ist der längste Absenktunnel der Welt dann. Krass, okay. Vielleicht fangen wir mal so an, also warum machen wir die Folge? Weil wir haben ein Bauwerksquartett, wo man bei uns einsehen kann, zum Beispiel auf Instagram, wo wir auch mehrere Bauwerke beleuchten. Und aus dem Grund sprechen wir auch heute darüber. Was bedeutet denn Absenktunnel, was ist denn das? Das ist richtig interessant, weil bei der Tunnelart oder bei der Tunnelbaufirma werden die Tunnelelemente an Land gefertigt. Jetzt in dem Fall sind es 79 Standard-Tunnelelemente mit jener Länge von 217 Meter. Und einem Gewicht, das ist eine Wahnsinnszahl von 73.000 Tonnen, wie ein so ein Tunnelelement. Die werden dann an Land gefertigt. Wie gesagt, das passiert alles in Dänemark. Dort wurde dafür dann extra für die ganzen Tunnelelemente an Land riesige Hallen errichtet, wo dann die Elemente betoniert werden. Wo auch die ganzen Kies, Beton, Zement, wo einfach alles angeliefert wird. Extra Häfen errichtet, Dörfer errichtet, wo die Arbeiter wohnen und so weiter. Also es werden Arbeitsplätze auch geschaffen? Genau. Das ist natürlich auch… Für die regionalen Unternehmen auch Arbeit? Ja. Also nicht nur natürlich die, die direkt an dem Tunnel arbeiten, sondern man muss ja die ganze Infrastruktur ja auch mit einbeziehen. Die die Leute dort dann versorgen und so weiter. Also das ist schon… Genau. Aber wie gesagt, nochmal zurück zu den Tunnelelementen. Das sind 79 Stück und 10 Stück sind nochmal speziell dafür. Weil das sind immer… Also so ein Tunnelelement sind immer vier Röhren und eine Wartungsröhre. Also da werden später dann nämlich mal zwei Röhren für die Autobahn sein und zwei Röhren für den Zug. Okay. Und zwischen den Autobahnröhren ist eine Wartungsröhre, wo man halt durchlaufen kann, wie auch immer. Und dann gibt es nochmal, wie gesagt, zehn Spezialelemente. Da ist im Untergeschoss dann nochmal, also da ist unten nochmal eine Röhre drunter sozusagen. Und da sind dann die elektrische Anlagen und für die Versorgung von dem Tunnel halt nochmal Platz dafür. Der Tunnel ist 18 Kilometer lang. Ja. Das heißt, man kann dort mit dem Zug, aber auch mit dem Auto durchfahren. Genau, genau. Wie lange braucht man denn gerade aktuell von Deutschland nach Dänemark? Also gerade diese Strecke, das ist glaube ich die E 47. Genau. Was aktuell nur mit der Fähre befahren wird, wie lange braucht man denn aktuell? Mit der Fähre aktuell jetzt ohne Ladezeiten, also auf die Fähre drauf fahren und runter fahren. Reine Fahrzeit, Fähre sind 45 Minuten. Und wenn das jetzt fertiggestellt wird im Jahr 2029, wie lange braucht man dann? Brauchst du mit dem Zug sieben Minuten und mit dem Auto circa zehn Minuten. Krass. Und das ist natürlich schon eine wahnsinnige Geschwindigkeit, wo du dadurch natürlich gewinnst. Also du brauchst auch von Deutschland nach Kopenhagen auch nimmer, ich glaube das sind so fünf Stunden, fünfeinhalb Stunden, irgendwie sowas. Genau, mit dem Zug brauchst du heute von Hamburg nach Kopenhagen fünf Stunden. Und wenn der Tunnel fertig ist, werden es noch zweieinhalb sein. Da sparen wir uns natürlich einen Haufen Zeit. Richtig, also geht deutlich schneller und Zeit ist Geld sozusagen. Definitiv. Deshalb wird der Tunnel ja auch gebaut. Aber nochmal ganz kurz zurück auch zur Betonproduktion. Ich glaube das ist, irgendwas habe ich gehört mit die größte Betonproduktion für den Tunnel. Was natürlich nicht so eine schöne Sache ist. Aber auch da nochmal, um Thorsten Hahn von Holstein zu zitieren, man braucht halt Beton doch. Ja, also gerade dafür. Also es gibt glaube ich keinen anderen Baustoff, mit dem man sowas verwirklichen kann, wie mit Beton. Und das ist natürlich schon Wahnsinn, was da gemacht wird. Wie schnell fährt denn so ein Zug da durch? 200 kmh, wenn er pünktlich ist. Das ist sehr gut, aber wenn er nicht pünktlich ist, kannst du immer noch mit dem Auto fahren. Und da ist die Reisegeschwindigkeit die erlaubte 110 kmh, Kilometer pro Stunde. Was man vielleicht noch sagen kann, wo die Tunnel-Elemente, die werden ja auf dem Meeresboden versenkt sozusagen. Also die Elemente werden an Land gefertigt. Dann gibt es da so einen Trockendock, da werden die dann aus der Werkhalle rausgezogen. Dann wird das Trockendock geflutet. Und vorher werden natürlich die Tunnel-Elemente vorne und hinten mit so Tore verschlossen, damit das Wasser eben nicht in die Röhren reinfließt. Und dann hast du da ja sozusagen einen geschlossenen Körper. Und den kannst du dann mit Schleppern rausziehen. Also ins Meer rausziehen? An den Meer. Also so Wasserschlepper? Genau. Also Boote, die dann eben dieses Tunnel-Element rausziehen in den Fehmarn-Belt. Das ist ja die Wasserstraße, so heißt es ja, die Wasserstraße da zwischen Deutschland und Dänemark. Und dann sind dann so Wassertanks dran. Dann wird es eben geflutet. Und dann wird dadurch halt das Tunnel-Element abgesenkt an den Meeresgrund. Und dann aneinander geschoben. Und genau. Und dann aneinander gezogen. Und so nah wie möglich. Und dann wird das Wasser dazwischen abgepumpt. Also da ist ja noch so ein kleiner Spalt zwischen den Elementen. Das Wasser dann abgepumpt. Und dann entsteht ein Unterdruck. Und dadurch ziehen sich dann die Elemente sozusagen auch nochmal aneinander ran. Klasse. Und die Baugrube, ich nenne das einfach mal so, die jetzt da ja heute auf dem Meeresgrund ist, die ist auch schon zu 95% fertig. Und die ist so im Durchschnitt 100 Meter breit. Also schon eigentlich Wahnsinn, wie breit. Und ca. 12 Meter tief immer. Und da werden dann die Tunnel-Elemente reingesetzt. Dann kommt später wieder Kies drüber. Und dann durch die Meeresströmung kommt dann eben auch wieder Sand drüber. Und dann ist das zu. Wieder verdeckt. Oder bedeckt. Genau. Krass. Was kostet das Spaß? Aktuell sind 7,1 Milliarden Euro geplant. So. In den 7,1 Milliarden ist auch noch eine Milliarde Reserve mit eingeplant. Was heißt das? Ja, weil ein Bauprojekt ja immer teurer wird. Nur eine Milliarde Reserve? Eigentlich finde ich das so. Ja, also. Eine Milliarde ist schon viel Geld. Ja, aber für so ein Projekt. Also mehr als 10%. So 10% sagt man ja immer. Ist glaube ich dann schon in Ordnung. Wird ausschließlich die Finanzierungsveranstaltung. Die Finanzierungsveranstaltung liegt allein bei Dänemark. Okay. Und wird natürlich aber auch durch die EU mitfinanziert. Und es gibt viele EU-Förderungen auch dafür. Und was ich aber krass finde, ist, dass die planen, dass die Rückzahlungszeit gerade mal 28 Jahre betragen wird. Krass. Ist ja nix. Das ist gar nix. Also für so eine Riesensumme. Wenn du jetzt mal überlegst, wenn du ein Haus baust oder so und da die Rückzahlungszeit. Für ein paar hunderttausend Euro. Und da Milliardenbeträge in eigentlich mehr oder weniger derselben Zeit. Ist schon krass. Das stimmt. Also ich habe es ja vorhin schon mal angesprochen. 2029 soll das Projekt abgeschlossen sein. Also da sollen dann die ersten Züge und Autos durch die Röhre durchfahren können. Von Dänemark nach Deutschland oder von Deutschland nach Dänemark. Welchem Stand sind wir denn jetzt gerade aktuell? Also wie gesagt, der Aushub ist zu 95 Prozent fertig. Der aktuelle Stand ist so, dass die Tunnel-Element-Fabrik auf der dänischen Seite, wie gesagt, das ist so eine Tunnel-Element-Fabrik, die wurde im Juli 2023 fertiggestellt. Und da wurde auch dann mit der Fertigung von dem ersten Element begonnen. Und es ist geplant, dass das erste Element 2024 abgesenkt wird. Also auf den Meeresgrund. Jetzt ist es ja irgendwie so, dass auch irgendwie drei Brücken errichtet wurden oder errichtet werden. Warum werden dann nochmal Brücken errichtet? Du musst ja natürlich auch die Schienen und die Straße dahin führen zu dem Tunnel. Und um die dahin führen zu können, benötigst du für die Bahntrassen und die E47, also die Autobahn, brauchst du dann eben die Brücken. Werden die dann aber wieder abgerissen oder bleiben die? Nee, die bleiben dort. Aber die werden jetzt nicht als, das ist jetzt aber keine Brücke, wo ich dann drüberfahren kann in Zukunft? Doch. Ach auch? Ja. Also du kannst auch um drüberfahren? Nee, die Brücken sind nur dafür da, dass du zum Tunnel hinkommst. Ah, verstehe. Okay. Das Thema Nachhaltigkeit ist halt auch so ein Aspekt, aber ich finde es extrem schwierig, darüber zu besprechen oder darüber zu sprechen. Weil da gibt es die eine Seite, die sagt, muss das sein, man hat dann den ganzen Beton produziert. Die anderen sagen dann ja okay, aber dann fährt so ein elektronischer Zug, der da durchfährt. Also wenn man das jetzt mal nebeneinander legt, langfristig, weiß ich jetzt halt auch nicht, was ist da besser, wenn du da halt jahrelang weiter mit der Fähre da rumtuckerst auf dem Meer? Oder du stellst halt einmal diese Betonröhren her und fährst dann, klar kann man auch mit dem Auto durchfahren, ja. Aber du hast halt durch den Tunnel, vermeidest du einen Umweg, den heute die Züge und LKWs fahren müssen von 160 Kilometer. Wenn du das jetzt natürlich auch wieder bedenkst, 160 Kilometer, wo die LKWs mehr auf der Straße sind, jetzt heute im Vergleich zu den, wann sie den Tunnel nutzen kann, ist natürlich schon auch ein Vorteil. Und dann hast du aber natürlich halt die andere Seite, du brauchst ja die Tunnelportale und so weiter, baust ja jetzt an auf eine Fläche hin, wo jetzt ja nix ist, wo grün ist, wo einfach Natur ist. Und das wird jetzt natürlich wieder… Du greifst halt auch ins Meer mit ein und so. Keine Ahnung, da muss sich glaube ich jeder sein eigenes Bild draus schaffen. Es ist schwierig, es gab auch viele Kritiker von dem Projekt natürlich, auch viele, die sich dagegen gewehrt haben, weil natürlich tust du in die Natur eingreifen. Klar, das Projekt, wo den Tunnel baut und plant, ich sage natürlich, durch den Bau werden auch große neue Naturflächen geschaffen und die die Artenvielfalt sowohl auf Land wie auch im Wasser erhöhen werden. Aber eins ist klar, es ist ein wahnsinniges Projekt, wo Kritiker hat, wo Zustimmen hat und wenn ihr mehr darüber erfahren möchtet oder über andere Bauwerke informiert werden möchtet, dann schaut mal durch unsere Podcast-Folgen oder bei uns auf Instagram vorbei. Da haben wir auch das Bauwerksquartett, das auch immer größer wird und danke fürs Zuhören und bis bald. Ciao. 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 Ciao.